Kate, Diana plus Co, die Fashion Fauxpas der britischen Royals. Eigentlich sind die Auftritte der Royals immer von vorne bis hinten durch geplant. Und dank ihrer Stylist, ihnen sehen sie dabei auch noch immer top aus, zumindest fast. Denn ab und zu geht auch bei ihnen einiges schief. Doch während unsere Fashion Fauxpas schnell in Vergessenheit geraten, werden die Modesünden von Prinzessin Diana Fragezeichen, 36, Herzogin Mekhan, 41, und sogar von Queen Elisabeth, 96, dank der anwesenden Fotografen für immer mit der Kamera festgehalten. Die lustigsten kleinen Fashion Schnitzer der Royals sehen sie im Video. Verwendete Quelle, Insider.com